Und herzlich willkommen zurück zum Planet Crofter. Wir probieren jetzt mal kurz andere Seite hinzukommen. Wie getan haben wir uns auch noch. Vielleicht ist eine andere Seite noch irgendwie was, was man da gedenken kann, weil irgendwie war das nicht so berauschend. Nur weil sie gesagt haben, oh ja, wir lassen ja alles zurück. Toll. Schön für euch. Das ist wunderbar. Toll ist das. Vielleicht kommen wir auf der anderen Seite hin. Oh, keine Ahnung. Oh, braune Kiste. Die andere Seite steht auf der Kiste. Das war jetzt aber nicht so prägelnd, wie ich jetzt gehofft hatte. Toll. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Ach, naja, egal. Denn, lass uns mal wieder zurückgehen. Ich habe gedacht, okay, dann mache ich jetzt eben halt weiter. Mit der Aufnahme, weil wir sowieso... Kannst du wieder durch den Stein durchgucken. Manches Mal ist das hier echt verpackt. Da war ein Dünchchen. Dann einmal nach oben. Dann einmal nach oben. Dann einmal nach oben. Dann einmal nach oben. Wir sind Indianer-Jones. Wahrscheinlich kann man da oben irgendwie hin oder so was. Das muss ja dann irgendwo am hinteren der Welt sein. So, da hinten war jetzt noch eine Kiste. Hier ist noch eine Würde. Da ist die Kiste. Kann ich die noch mitnehmen? Toll. Eine Sache bleibt zu hoch. Aber wir könnten noch mal ein Kuss was essen. Da, 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 da. Da, da, da. Die nächste Würde. Oh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so die Koordinaten waren, die wir vorher eigentlich hatten. Die wir eigentlich die ganze Zeit besucht haben. Waren das die Koordinaten? Die Koordinaten ist sowieso so eine Serie. Oh, wir müssen mal was trinken. Und wir müssen mal gucken, ob wir da hinten überhaupt noch was drin haben. Hat hin. Die, 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 die. Da war mir schon drin, oder? Der Hölle. Ich glaube, da wollen diese ganzen... Basic-Title noch. Mich ist hier alles täuscht. Dann auch oben. Das ist hier echt am Popo der Welt angekommen. Hier ist es. Aber ich glaube, hier konnte man auch hier so ein Teil mit einbauen. Hier haben wir gar keine? Aufgebaut? Gar nichts? Wo habe ich alles abgebaut? Wollen wir mir gar nicht vorstellen. Die unendliche Wüste. Tja, keine Ahnung. Na ja, wir fliegen hier mal noch ein bisschen rum. Wie? Ja, ich weiß, dass wir da lang kommen können. Danke. Oh, Algen. Und eine Kiste. Und ich kann nichts mehr mitnehmen. Ey. Das ist aber auch jetzt doof. Teleporter. Ja. Wenn man einmal zurück Teleportiert bin. Dankeschön. Dann müssen wir mal kurz. Fangen wir mal oben an. Stäbe. Stäbe, 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 Stäbe. Ähm. Ausmium und Schwefel. 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 Wie haben wir das eigentlich? 1835. Was weiß ich. Oh nein. Eisenbett packen. Eisen. Superlegierung. Der Untertonner. Na doch jetzt hab ich schon kauf. Und Blümchen. 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 So. Osmium. Noch immer ausmium. Und ich hier noch ausmium mit der Tasche. Und so. Und das andere ist alles unten. Ach wir haben ja auch noch Samen drin. Na ja. Gut dann packen wir die erstmal hier rein. Das andere kommt noch nach drüben. Pupp. Pupp. Aber es geht endlich mal voran hier. Zum schnell voran. Also das hast du hier brauchen eigentlich gar nicht im Moment. so wie weit sind wir denn was könnten wir jetzt bauen was hat er noch mal gesagt und samenzerteiler t2 ich glaube das war der t2 t3 t3 können wir jetzt bauen sauerstoff 8.500 pflanzen 1250 stufe zweitemann zeuglied bakterien ok das geht und da könnten wir eigentlich auch mal die anderen abbauen wir machen wir das dann kommen wir endlich diese hessigen bäume weg und da brauchen wir einfach dahinten um die siegung das sind drei stück an die vier die drei das ist der auslander ja doch so ich muss ja jetzt nicht mal rein stehen m an die ein großes umfeld müssen wir hinten umbunden sitzen egal hauptsache nicht um die die ganze Zeit im Blickfeld und dann können die dafür sich hingammeln so so können wir jetzt noch mal das fehlt natürlich uns fehlt dungau dann können wir das so mal kurz machen 11 minuten haben wir noch d ddp das ist es und dieses heiße Kfee wir brauchen dm nochmal 2 x dm bakterien die krank mein wir können dr Da ist er egal. Ich weiß gar nicht, was die zwei eigentlich gebracht haben. Aber garantiert nicht so viel wie die hier. Äh, den da. Okay. Dann können wir das da hinten nochmal reinmachen. Ist egal. Da ist unser Strom abgekackt. Nice. Das war wohl ein bisschen viel Strom. Aber wir hatten nur noch so viel übrig. Wir brauchen nicht genügend Energie. Ach, was du nicht sagst. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Dafür brauchen wir aber... Quarz. Wieviel Energie fressen die denn? 153 Energie. Das ist aber nicht so viel. Aber bitte nicht mir hier ins Ohr, wenn es geht. Äh, da ist er. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir gleich zwei Stück von denen. Oh, wir haben noch Licht an. Und dann brauchen wir noch... Oh, ne. Falsche Etage. Falsche Etage. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Richtig? Nein. Falscher Knopf. Ah, okay. Da. Di, da, 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 da. Dann machen wir eben halt noch mal zwei da hin. So. Bups. Und Bups. Nice. Da haben wir gut gemacht. Da hinten jetzt sehr großen Worm aufwachsen. Hopp. Aber jetzt müssen wir eigentlich bald... Oh ja, stimmt. Ausbildungsstäbe müssen wir zwei kriegen und dann kriegen wir gleich Kämpfosionszelle. Ja, nice. So, dann müssen wir... Okay, wir können ein paar Raketen in Luft schießen, aber dann haben wir nicht sogar diesen Raketen gekriegt. Ach, Osmium-Stab. Super. Nice. Haben wir nicht sogar Baumsammtverteiler? Ne, das war nicht. Baumsammtstreuer. Wo war denn diese Rakete? Habe ich doch noch gesagt, das wäre cool, wenn wir die haben. Der da war noch ein bisschen noch. Noch ein ganz kleines bisschen vielleicht. Aber jetzt kommen wir aus mir umstehen, wir machen. Wewe. Kommt kaum an vom Ressort. Aber er steigt ja kontinuierlich an, also. Warten wir einfach ein bisschen bis über 45 sind das nicht nur sechs Stück. 6 GTI. Oder so was. Aber wir können noch ein Baumsammtstreuer irgendwo in den Wildnis im Bau. Das können wir auch nochmal machen. Äh, was fehlt mir denn? Alles. Schön. Schön, schön. Schön, schön, schön. Machen wir noch zwei grüne Dünger, aber wir haben gerade seitdem was gefunden. Oh. Okay. Aber anscheinend nicht genug gefunden. Äh, äh. Normalen Dünger, Algen, Kürbis und Gas. Aber ich glaube, ich habe alles da. Essen. Das sind auf jeden Fall keine Kürbisse. Da sind auch Kürbisse. So. Bub. 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 Ne, da haben wir glaube ich hier nochmal. Ne. Achso. Warte, jetzt schon wieder. Super. Äh, was war das jetzt noch? Ach. Ach, Methamruck mit zweimal. Oh ne, was kommt mir jetzt schon wieder? Nein, ich will das nicht mal benennen. Oh, falscher Schraub. So. Ui. Ganz normaler Dünger brauchen wir noch. Und was war das noch? Eige. Eine Eige. Das haben wir noch. Super. So, was fehlt uns jetzt? Nein. Hm. Ich will da gucken. Das ist auch Zeolit und Superlegierung. Und ein Baum. Warte, da müssen wir erst mal einen Baumbrunnen besorgen, ne? Bei diesen Schweine wird er muss er auch noch raus. So. Da wollen wir mal nachgucken, was brauchen wir denn nochmal für Bäume? 250 bringen die. Oh, die bringen sie aber 400. Woll... Wollnusspflanze? Okay. Ach, Mutagene, Baumrinde und die Niederländerblumen. Mutagene. Baumrinde, Baumrinde habe ich mit dabei. Und dann wieder eine Pflanze. Lass mich hoch. Lieder. So, dann können wir die Baum schon mal anstellen. Da, 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 da. Yay. Noch hessiger Bomber. So. So. Pudu, 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 Pudu. Pilze. Pilze können wir uns tot schmeißen. Peugeen. Pudu, 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 Pudu. Pilze, 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 Pudu, Pudu. Superlegierung findest du glaube ich noch, ne? Superlegierung und Zeolid. Ja, brauche ich die Etage. Und Zeolid haben wir, glaube ich, noch. Den kommen wir jetzt auch wieder heiße Gebäume machen. 24, okay, kommen wir doch nicht. Super. Und dann müssen wir es essen. Ne, es wird zu weit. So, haben wir die Pilze weggefressen hier. So, bis jetzt 33. Da hinten wachsen Hexseebäume. Aber dann haben wir 8500 Sauerstoff. Ja, hier ist es. Und 1250 Pflanzen. Und dann die Pilze haben wir sie auch nicht. Und da sind wir zumindest über 2. 2,5 angekommen. 8,3 müssen wir hin. 2,6. Na, aber. Start kontinuierlich schon das an. Dum 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 dum. 1,515. Oh Gott. Das dauert so lange. Ich weiß nicht, wir könnten das Ding doch schon mal irgendwo hinten stehen. Oder da vielleicht irgendwo. Oder vielleicht sogar da hinten. 1,515. Aber 1,515. Dann können wir die ja schon mal hier irgendwo hin bestellen. 7,415 Milan. Ja. die die möchte ich wissen wie viel so eine kämpfusionszelle wahrscheinlich kostet fangen gleich 81 wie viel strom haben wir jetzt eigentlich 8100 super also haben wir noch knappe 3.000 und nein du darfst du denn nichts rausnehmen nein du sollst dich mit dem werkzeug spielen ich bin auch nicht du musst nichts am tisch reparieren so ein schwarzes ding ab ja und das muss ich dann ab wo ist ein schwarzes ding am tisch ja diesen kleinen roten teil die man so anklopfen muss die man muss anklopfen muss ja darum brauche ich den hammer und papa hat dir das gesagt du sollst ihn abmachen das ist also machst du das auch nicht ich hab ihn auch nicht abgemacht den habe ich einfach so gefunden kind lass die flossen vom werkzeug er will die otte hammer weg dieses kind ok das war diese folge wir sehen uns in den nächsten tschüss so